Ja! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Happy Wheels. Und ich habe vergessen mich auch beschäftigt zu stellen in Skype. So. Ähm, ähm, doch. Also, gewünscht von Robert, ähm, was? Ah, Robert T. Boy, Mr. Nikodem L.P. Mini von Robert T. Boy. Das ist mein erstes Level. Tja, okay. Mal gucken, wie das erste Level von ihm ist. Ich habe vergessen, mich einzuladen. Egal. Da ist es. Es ist mein erstes Level für dich. Ich hoffe, es gibt dir. Okay. Mal gucken. Mal gucken. Ah! I fucking killing me. Hi, Mr. Nikodem L.P. Das ist meine erste Map. Ich weiß, die sieht blöd aus. Das ist sie auch. Bisschen. Aber ich hoffe, es gibt dir. Trotzdem, ach, it, das, liest du mit einem Meteor auf den Kopf. Ach so, trotzdem. Meteor. Nö! Oh Gott, ich lebe hier an auch. Ich wusste gar nicht, dass noch... Oh Gott. Oh. Okay. Überlebt, überlebt. Überlebt. Ich will nur nicht. Ich will nach unten. Wo hänge ich hier gerade fest? Ich will wissen, wo ich hier... Na! Ich will auch nur nach unten. Nach unten. Tja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Es ist keine Fels. Wenn doch, dann sag es im Video. Wenn du mit Timmy spielst, dann sag Timmy Papi, Dad. was kind ich hab mir in hosen geschissen also tschau was egal ich will sie gott schad du blödes büro dailding was ist wenn ich z drücke nein das ist nicht wahr wir müssen doch mal alles machen ok 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 tot ja jetzt will ich mich aber ich bleibe langsam beeilt weil ich muss jetzt hoppala pass sie noch ab ich hoffe dafür krieg eine eiltserhöhung nein dafür nicht nochmal ich lebe noch ich lebe noch gefährlich was geht ab er sieht so aus wie die mehrjungfrauen die immer vorne an so alten also wo kriegsschiffen vom 18 jahrhundert und also umhängen naja auf geht's zum nächsten level gewünscht worden spackle epic boys row von swamper trox 10 ne 1 ne ja hier epic boss row gespannt okay vorne gibt es also ein ball mehr dann schiebt ich mal so ein ball mehr ich will noch ein ball noch ein ball noch ein ball noch ein ball verdammt egal was soll das denn finden wie soll man denn so gewinnen noch mal das cool okay drei bälle secret gefährlich ein ball was soll das war der tod epic help also ich finde diese apple camp ist ein bisschen zu übertrieben ja gewonnen es ist zu einfach aber cool gemacht nächste level gewünscht von torbögen 660 mister nicodem lp hart von trolle hat wenn ich vergessen habe den haken ankreuzen nehmen alles klar ich nehme den faller ist der gv funktionierendlich wieder in anderen spielfunktionen hier ist überhaupt so hart ich meine nicht den in der hose wo ist hier wie die ww o gott ganz ruhig ganz ruhig ich habe alles in der kontrolle und guck mal guck mal wie wir beide leben tb aaaaaaah bbby was zur hölle wie kommt der ein was steht da go Ah, a차, oooohhhhh, nochmal! Ooohhohohoh ooooooooh, ooooh! Man! Mann, das ist ja wie eine Wand. Das ist eine Wand. Oh. Oh. Ja. Oh, dieser Schrei ist so herrlich. Dieser Schrei ist so herrlich. Komm, komm, komm. Ach ja. So, also. Komm schon, in die andere Richtung. Wollte ich doch schaffen, hier. Minecraft, Minecraft. Na ja, nicht so, der Wachtstatter. Au. Ich lebe doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war so eine Vielzahl. Mit dem Hinterrad auf die Mine. Aha. Der Wachtstatter. Heilige Scheiße. Nix da. Ähm. Kieks, wo bist du? Wettstatter, ich weiß es nicht. Ich muss ja, aber wir eilen. Oh Gott, mir steckt ein Pfeil im in den Kopf. Das wusste ich ja gar nicht. Ah, ich weiß auch warum. Weil er, oh. Ich muss halt hier. Ich muss halt hier. Ich muss halt hier. Oh, ich muss ja nicht. Ah. Ah. Oh, oh. Huh. Oh, oh. Ausgewickelt. Oh, oh. Oh, oh. Ich lebe noch. Geh' mir noch. Höher. Idee. Idee. So, jetzt aber. Hiya. Oh nein. Oh nein. Ja. So, warte. Don't touch. Ja, super. Oh. Oh. Ich weiß, weil ich war da jetzt stand, aber. Weg. Schönes Level. Sehr schön. Auf zum nächsten Level. Gewünscht von Banana Phone 23 für Mr. Heilige Scheiß. Moment mal. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das sind zwei Level, die. Ähm. Das stimmt was nicht. Ah. Ich verstehe. Der Zufallsgenerator hat einen zufälligen. Ist. Ich verstehe. Na ja. Gewünscht von der Meti. K&Jet von Ministry 1997. Also das Level kommt noch dran. Das ist davor. Also, äh. Keine Ahnung. Alle Level kommen dran, die ihr wünscht. Alle. Doch. Aber jetzt erst mal K&Jet. Wir nehmen den, äh. Super Opa. Total Super Opa. Nee, ich lebe wieder. Oh, verdammt. Was? Was heißt denn, verdammt? Na ja, ich weiß nicht. Oh, 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 oh. Wow, habt ihr es gesehen? Die Melonen des Schicksals. Die haben gesprochen. So, ab nach unten. Jetzt. Oh, 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 oh. Ich lebe das. Das war der falsche Weg. Verarscht mich das Ding hier. Wieso heißt das eigentlich kein Jet? Ach, egal. Oh, oh, oh. Äh, äh. Oh, oh. Nicht hier an, wieder. Äh. Nach hinten. Oh, 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 oh. War das zu schnell? Ich glaub schon. Tja. Oh, mein Gott, ey. Wieso überlebe ich so was immer? Wichtig. Manchmal hasse ich es, unsterblich zu sein. Äh. Äh. Nach hinten. Nicht nach vorne. Nicht nach vorne. Nicht nach vorne. Irgendwas drückt mich nach vorne. Okay. Äh. 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 Schön. Hier passiert schon nichts. Äh. Mir passiert schon nichts. Äh. 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 Ich lebe nach. Äh. 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 Tötet mich. Tötet mich. Tötet mich nicht mehr. Oh Gott, ihr tötet mich wieder. Oh, ich bin. Äh. Nicht das andere. Oh, 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 oh. Nein. Nein. Ihr habt keine Chance gegen mich. Auch du nicht. Nein. Mein anderes Bein. Äh. Okay, ich dachte schon, das wäre was gefährliches. Ist das wirklich, dass ich... Ja. Ich habe überlebt. Moment, ich kann ja gar nicht sterben. Also kann ich nur überleben. Na egal. So, das nächste Level. Da haben wir doch wieder. Gewünscht von Bananaphone23. Für Mr. Anikonomi IP von Bananaphone23. Have fun. Jut. Einfügen. What is that? Für Mr. Anikonomi. Have fun my first level. Ah. Nothing. Really. Glaube ich nicht. Oh, 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 oh. Ja, die Kirchen. Ah. Ach ja, immer diese kleinen Hackeballtierchen. Wie sie sich doch einen immer umarmen wollen. Okay. Sohn. Kind. Timmy. Timmy. Ja, ja, ich höre dich doch. Ja, dann antworte auch. Du hast mich vergessen. Hallo, antworte. Ach, dann halt nicht. Oh, Gott. Oh, oh, oh. Okay. Ihr da. Papi! Oh, nein, ich habe gar nichts. Ich lebe. Ich lebe nicht. Moment, doch. Ich lebe noch. Oh, oh. Papi, diesmal vergisst du mich auch nicht. Wie vergessen? Papi! Ach so, genauso. Ja doch, das tue ich. Ja, 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 ja. Okay, das könnte uns eigentlich helfen. Keine Arme mehr zu. Oh, oh. Are you fucking kidding me? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Die Schildkröte. Schildkrötenpanzer. Oh, oh. Oh, Gott. Oh, gefährlich. Wie kann ich eigentlich noch fahren? Ach, egal. Nein, nein, nein. Oh, Gott. Fuck. So, versucht, Numero. Keine Ahnung. Egal. Los geht's. Papi! Nee, Kind, nee. Oh, Gott. Heilige Scheiße. Oh, Gott. Was passiert hier? What the fuck? Nochmal. Papi! Papi! Nein, 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 Kind. Alles unter Kontrolle. Ich hab sie gesehen. Ich hab die Mine gesehen. Und die auch. War da jetzt eine? Egal. Knapp. Nein! Wuh! H, 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 h. Magenta, Magenta. Downward. Ne. Oder? Doch. Nach unten? okay gefährlich zum glück habe ich mein kind hier weggelassen thanks for playing bei bananaphone 23 ein sehr schönes level so das letzte level gewünscht von unbekannte old man eilen von 21 salam space hat solomon space gibt natürlich noch mehr da ist es can you escape the old man police give good ratings a work hard on this one eine todes kokosnusch ich werde dich beschützen nein okay dann nicht ich habe dich besiegt alter mann sind das etwas super opas die die welt versuchen zu erobern nein es ist sein erzfeind super opa deluxe aber dieser arme mensch muss gegen ihn jetzt schön überleben überlebt überlebe und somit war er für ewig in diesen kreislauf gefahren warum kommt da so eine riesen kokosnuss unter ja so viel zu sichern ich lebe noch aber sie nicht gefährlich wer seine kraft unterschätzt der wird leiden so rüber springen was zur hölle los beschütze mich brav so geht's glückspilz super trash attack wow ich lebe noch! jawoll ich lebe aber trotzdem noch das ist jetzt mein jetpack zu früh gefreut ein schweres weiter nochmal sprung weg mit dir ha 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 ausgleichen beziehungsweise kaputt gemacht so gehen sie mehr auf den weg die altheimer erkranktes stück ich Opa. Hm, naja. Oh, oh. Tja, welch ein schauriges Schauspiel. Muss ich hier weg. Muss ich hier weg. Weg. Muss ich den Weg. Warum? Oh Gott. Sind da so viele? Äh. Frames-Einbrüche. Also, das verstehe ich überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Was zur Hölle? So, jetzt aber. Komm schon. Kick. Kick, kick, töten. Geht doch. Der nächste, der sterben wird. Wirst du da unten sein. Naja, eigentlich nicht so gedacht, aber. Geh mir noch. Geh mir noch. Spring. Yeah. Los, Mülltop. Oh, oh. Nein. Nein. Ich lebe noch. Ja. Ich hab's überlebt. Ha. Ausgewichen. So, hier soll ich. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Yes. So. Ob das jetzt noch so weitergeht. Ich weiß es nicht. Bilder mich verarschen. Oh, Gott. Mitten in die Eier. How? Wie? Wie? Egal. Zählt jetzt. Komm, das zählt jetzt aber. Wie soll man denn daran vorbei? Naja, egal. Leute. Das war's auch wieder für heute mit Happy Wheels. Hauen Sie.